ich gerade mal drauf schafft worden auf jeden fall schon das ist gut ja hier ist noch ein besseres biome für kühe wo ich gerade bin so also eine kiste ist mindestens immer drin ich habe gerade so eine schöne suppe gegessen also hühnchen spawnen hier auf alle fälle kleiner nachteil mit einer meterweite pickel funktioniert dieses brainminer nicht mehr brauchst du ja dann auch nicht mehr wenn einmal dings drauf ist efficiency 5 das rattert ja dann nur noch durch genauso wie die schaufel ich bleib bei den boten oder soll ich mitkommen ne bleib mal bei den boten dass du uns dazu noch sagen kannst wo die sind wenn wir uns verirren auch bei den boten ihr spornt einfach keine einzige kuh scheißweiboh das ist ein gutes kubium ist scheißweiboh geht halt in den birkenwald nehmen da müssen doch eigentlich auf jeden fall welche sein und ich habe welche so nimmst du noch mal ein eimer milch mit extra ich habe vier eimer gecraftet die sind voll mit milch achso falls noch mal ein tempel unterwegs kommt achso du erzählst was für ein effekt abbaulähmung wobei ich brauche es nicht mehr ich habe nur noch 30 sekunden abbaulähmung ich glaube bis eicke rein ist es schon abgelaufen das kann gut sein naja ich bist schon da ja zwölf sekunden dafür trinke ich jetzt keine milch mehr naja es hat ja das ist ja auch so assi wie die kühle da gespawnt sind ja ich weiß ich prässt mal rinkristalle weg ich nicht kann nur daco gewesen sein der arsch ja daco hättest du doch was sagen können und einer ist besser als keiner hinterfeld einer für eine see laterne ja achso welche richtung muss man denn Eigentlich da durch. Na dann eben auch außen rum. Stellt euch mal nebeneinander bitte so, dass ich den Wald offen Bild hab. Sieht jetzt mit dem Sonnenaufgang so geil aus. Bitte mal zu mir gucken. Das ist der Sonnenuntergang. Egal, guckt zu mir. Ohne Schild. Ich brauch Platz im Inletar. So, war's schon. Es soll schon ein schönes Thumbnail werden. Zwischendurch mach ich ein rotes Herz. Nein. Warum nicht? Können wir eigentlich einfach hier aussetzen? Aber dann müsst ihr zusehen, dass mein Haus hierher kommt. Ne, ohne Haus. Kannst es hier neu bauen. Du hast hier einen größeren See. Boah ey. Ich will aber meinen Loot dabei haben. Wir schicken ein paar Posten hinterher. Ja, da kommt nur die Hälfte an. Du, ganz ehrlich. Äh, bezweifle ich. Mir ist er selbst hier bei der deutschen Post schon was flöten gegangen. Boah ey, ich renne jetzt hier über den Weg. Äh, über die Wiese. Ist mir zu blöd, hier drum zu fahren. Äh, hier Trident. Jo, ich dreh um. Ich hab ihn gefangen. Ja, der ist auf mich fixiert. Wo seid ihr? Ja, er ist auf mich. Warte, ich hau. Ja, ich fliehe. Hä, Hilfe, wo seid ihr? Ich sterbe. Ja, dann geh. Hä? Ne, wir sind auf irgendein Richtung Land. Ne, er hat nichts gedroppt. Ich bin beim Land. Oh, Trident, verzauberter Trident. Schönen Tag auch. Also, wenn ihr irgendwie zu mir kommen wollt, wär nett. Ja, wo bist du an welchem Land? Wir sind, äh, bei uns ist Sand. Wir sind, äh, bei uns ist Sand. Ja, wo bist du an welchem Land? Bei uns auch, äh, bei mir auch. Also, ich bin bei 12.660 und 2.900. Wir sind bei 15.700. Gott. Hallo. Nein, wir sind bei 12.600. Ja, könnt ihr kurz mal herkommen? Ja, halt. Warte, ist das... Du bist drei Meter hinter uns? Warte, hörst du das hier? Also, ich bin grad an Land und renn zu 12.700. Da ist nix bei 12.700. Da ist nix bei 12.700. Da ist nix bei 12.700. Der ist zehn Meter hinter uns gewesen. Oh, wow. So, gut. Dann... Ecken schmecken. Ist der noch da? Ja. Wow, ich gleich nicht mehr. Und das glätt mich noch mal trifft. Und? Nee. Und CO2 wieso klatscht du denn eigentlich? Du hast n' scheiß Eisenschwert ohne Looting. Das ist nicht mehr von Looting effektet. Sicher? Laut Wiki eigentlich ja. Das war meins. Das ist mein Boot. Ich hab mir... Ich hab mir eins von euch geklaut. Sag ich doch, dass eigentlich da eins hat. Wollen wir jetzt eigentlich an Land oder wollen wir doch außen rum fahren? Mir fehlt noch einer. Ja. Ich muss mal kurz aussteigen. Dreht sich dein Kopf schon wieder die ganze Zeit? Ja. Ich disconnecte einmal kurz. Boah, das ist ja super nervig. Das war der falsche Server. Ne, wäre ich jetzt gerade auch älter beinahe gejoint. Cool. Ich glaub ganz ehrlich, wir können schon wieder zurückfahren. Warum? Ne, warum nicht? Ich fahr jetzt noch ein bisschen, ich will wenigstens noch einen Dschungel finden. Oder eine Wüste. Den findest du nicht mal besonders, äh... Hier, tier 2. Schildschrücken. Ja. Allein Schildschrücken. Schildschrücken. Oh, ich bin... Uuuuuuuuuhhh!!! Hat der jetzt ernsthaft ein Skelett das Boot weggeschossen? Ja. Kommt bei mir rein, Gottfall. Jetzt dreht sich Ike, oder? Ne. Ah, ne. Ich hab nur in eure Richtung geguckt. Da ist ein halbes Schiff. Ja, hier unten ist wieder irgendwas leuchtendes. Das Schiff nehme ich aber nicht. Ja, könnte ich haben, wenn ich die Kiste öffnen darf. Wie wenn du die öffnen darfst? Ich lag grad super hart. Ey, Boot bei Pia. Kann doch nie wahr sein, wird das einfach unter Wasser gezogen. Alter, was du für ne Mob-Horde hast! Ja, ja. Junge. Der hat eine verzauberte Angel, der eine hier. Ja, ja. Versuch dir mal welche davon abzunehmen. Der mit der Angel ist down. Ich muss ganz kurz auftauchen. Wow, Darko! CO2 ist so fair und hilft mir und du gehst ernsthaft looten? Wenn ich die Zombies hinter dir schlage, stoße ich sie zu dir. Das ist richtig assi grade, ey. Okay. Ja, ja. Hello. Select. Okay, ich dachte, das liegt an mir. Uiuiuiui. Wow, da kann jetzt mein Kampf hier umsonst. Kann ja wieder auftauchen. Hier, Ike, für dich. Nö, bald. Ich kann sie ja nicht so gut lesen, darum. Geht die Karte wieder flöten. Wer hat jetzt mein Boot genommen? Ich hatte grad auch immer mein Inventar. Ich glaub, der Boot ist kaputt gegangen. Da steht's doch, Jens! Wo trappt denn ihr? Ja. Ich glaub, da habt ihr jetzt wenig Lust, quer nach Osten zu fahren. Verlaufen ich wirklich noch nicht. Ich geh kurz zum Netaportal, was da unten ist. Da will ich zum Beispiel... Ne. Na doch, jetzt siehs. Das hab ich frühzeitig schlecht. Ich geh aber nicht fliehen, ne. Da hat ein Vorteil, weil da kein geiler Truck frei ist. Nö, der Goldblock auf jeden Fall ist nicht mehr da. Es kann sein, dass hier schon jemand war. Oh, goldene Karotten. Kompass brauch ich nicht. Und Kompass nehm ich aber. Kompass oder Uhr? Äh, Uhr war das, oder? Kompass ist... Naja, fuck, es war ne Uhr. Ja, und Kompass ist Eisen. Ja. Wäre es Kompass gewesen, hätte ich ihn gern genommen. Wir können jederzeit ihn bauen. Ja. Achso, wo wollen wir jetzt welche Richtung? Geradeaus. Ist jedenfalls Nordwest. Oh, ist der Tag. Wir können über Land trennen. Vielleicht findet man ein Dorf. Mit einem der Dings trailt. Hat einer von euch Zilk-Touch mit? Ne. Ja, auch Darkst. Äh, dann kurz warten. Wegen dem Bienennest. Äh, da können wir... Haben wir bei uns... Da haben wir doch genug bei uns. Ähm... Ja, wir können aber die Bienen dann mitnehmen auch. Direkt. Wenn die im Nest sind, nimmst du die Bienen gleichzeitig auch mit. Ne, wir haben doch bei uns Nester mit Bienen. Da tust du die Bienen einfach bumsen lassen. Toll. Ja, okay. Der Darko... Darko hat ja schon ausgeräuchert. Also so ein Feuer drunter gestellt. Und da einige. Einigen... Könnte man wirklich da machen. Ich hab jetzt so zwei, vier... Ich brauch noch vier Nautilus-Schalen. Ich hab einer. Ich hab null. Oh mein Gott. Also ich brauch nur noch drei. Naja, du wirst ja bestimmt hier auch so ein Ding bauen wollen. Ein Conduit? Ja. Dass du hier so ein Unterwasser-Atmungsteil bauen kannst. Erstmal noch nicht. Naja, dann musst du mir doch deine nicht geben. Sammle die doch selber für dich. Aber ich hab erstmal noch keine Ahnung, wann ich... Ob ich so was bauen möchte. Oder halt wann oder wie, wo. Ich hab bisher keine Verwendung dafür. Oh je. Nah. Jaaaa. Wow. Das klang nach'm Linkedl-ild-Hit. Nö... Inicated... Herzlus. Ja, das klang wirklich so. Als hätt' ich mich mit dem Schwert jemand... Ich hab' ja... featherswolding auf den Schuhen. Wieviel? Zwei. Jo. Geht noch was? ich weiß dass da noch was geht ja weil unsere anfangstheorie waren ja wirklich nur das 2 gehen meintest du ja nicht bei fetter vorliegen doch ich hatte dich gefragt ist auch auf einer aufnahme kommt nur in einem jahr das siehst du bist dahin wirst du sowieso nix mehr dann habe ich schon abitur wird schon fertig das kann halt wirklich passieren nur das folge 100 erst nächstes jahr kommt kommt alle drei tage ich bin hier bei daco und neben mir steht ein baum ich stehe auf einem baum da bestimmt auch auf dem berg oben ich bin schon runter das bin ich immer weiter geradeaus gerannt jedenfalls noch nordwesten die folgen kommen alle zwei tage also 15 pro monat kannst du ausrechnen na ja ja es kann auch sein wenn ich keine anderen projekte merkt dass ich jeden tag ins hochladen weil wenn nicht sonst das problem ja momentan habe ich jetzt zwar noch zwei fertige projekte die ich hochladen aber da mache ich erst das eine und wenn das fertig ist mache ich das andere das ist dass mein kopf wirklich alle zwei tage kommt recht und star es kommt ihr jeden tag also kommt alle zwei tage aber ohne unterbrechung das ist ein hexenhaus da ist nichts drin außer im kult wenn ich hier trotzdem mal gucken ich bin hier beim dark oakwood falls ich will mal hier hoch auf die bäume gucken ob ich menschen sehe das einzige was mich interessiert hätte wäre die blumen in ihrem flowerpot aber die hat nur einen pilz drin ich sehe schon wieder ein tiger biom diese frau hat es aber auch mit uns ich würde dann sagen sumpf weiter weil angrenzen könnte auch deine dein gewolltes biom sein na dann wo ist co2 ich bin jetzt in den dark oak forest reingerannt ich habe ich da zuletzt gesehen am rand hat dago gesagt am rand oder mittendurch mitten durch ist ja immer so die sache wegen dem ganzen wasser kann es sein dass du kein fehl da vorne drauf ist doch auch zwei man kann aber trotzdem schaden sound wartet kurz ich habe blumen mitgenommen die nur in diesem biom spawn wenn du botan ja hier drauf hättest hätte ich verstanden aber warum sammelt sie blumen weil die schön sind oder auch nicht als dekoelement ach du scheiße ist der sumpf groß oh hier sind auch mehr ich brauche einen moment ich sammle eben blumen ein ja hier kommt schon leichter dark oak und berg berg ist besser als tiger und da geht es unter du steckst wohl nicht gerne tiger wo seid ihr hin da ist flachwand wollen wir da hin ja da können wir gleich hingehen da ist könnte ein dorf sein könnte muss nicht also arschbombe wieso arschbombe ja hier runter ins wasser ja ich bin trotzdem noch eine ganze weile oben lang gerannt ja ich bin auch abgebaut bevor wir mal in den quartik bekommen hatten hat jemand von euch bücher papier oder sowas und hier kann ich mir herwerfen zählt zwar ich gebe dir mal das hat mir so glaube ich ich habe es gut hat jemand noch eine empty map oder ein buch gold oder eisen im gepäck oder lapis ich habe eisen gold lapis alles einfach die habe ich mit absicht schon zurück gelassen ja die brauchen wir nicht ähm gold lapis eisen was wie wo gold lapis eisen ja legendar in dem tarplatz sparen gut ich habe wieder zehn plätze frei warte kurz brauche jemand essen ich habe drei slots voll mit essen ähm ne jemand guckt einen fisch ne ähm ich stelle mich mal ganz kurz auf den baum und beende die aufnahme schmeißt du das nochmal kurz aus hin oh ich habe dias gefunden alle beliebel aufgeschrieben ähm hast du jemals gesehen dass daco mir dias gegeben hat ne ich habe mich gerade auf den baum gestellt siehst du daco komm guck auf